Gina-Lisa Lohfink lernt bittere Lektion aus Trennung von Freundin Gina-Lisa Lohfink, ein deutsches Model und Reality-TV-Star, hat sich kürzlich von ihrer Freundin getrennt. Die Trennung war für sie eine bittere Lehre, da sie erkannte, dass sie zu schnell und unüberlegt gehandelt hatte. Lohfink gab zu, dass sie in der Beziehung zu impulsiv und ungeduldig war, was letztendlich zu Konflikten und Missverständnissen führte. Sie erkannte, dass sie mehr Geduld und Verständnis für ihren Partner haben sollte und dass sie in Zukunft langsamer und überlegter handeln muss, um eine gesunde Beziehung aufzubauen. Die Trennung von ihrer Freundin war für Lohfink eine schmerzhafte Erfahrung, aber sie sieht sie auch als Chance, aus ihren Fehlern zu lernen und persönlich zu wachsen. Sie ist entschlossen, die Lehren aus dieser Beziehung mitzunehmen und in Zukunft eine bessere Partnerin zu sein. Insgesamt zeigt die Geschichte von Gina-Lisa Lohfink, dass Trennungen zwar schmerzhaft sein können, aber auch eine Gelegenheit bieten, sich selbst zu reflektieren und persönlich zu wachsen. Es ist wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sie als Chance zu sehen, sich weiterzuentwickeln und in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020